Hallo, ich bin die Kri und bei mir gibt es, wie bereits angekündigt, Maßschuhe und Accessoires, handgefertigt. Ich habe heute einen tollen Vermieter Werkstatt mitgebracht, weil ich es interessant fände für jemanden, der nicht jeden Tag mit Lehrer und Schuhen zu tun hat, zum Ablaufverklinser. Ich habe in Schwarzach meine Werkstatt und in Zürich bin ich meinen Showroom eröffnet und gerade anlässlich vom aktuellen Samstag ist der Tag der offenen Tür in Schwarzach und würde mich freuen, wenn er vorbeikommt. Ich habe in Florenz Schuhdesign gelernt und nachher die Masterprüfung gemacht und versuche jetzt alltäglich in meinem Beruf das Handwerk mit Ideen zum Verwerben und individuelle passformgerechte Schuhe und Objekte zum Schaffen von Kunden. Als Präsentationsform habe ich ganz bewusst eine Art Pantomime ausgesucht, weil man die alltäglichen Geräusche, die ich jeden Tag in der Werkstatt habe, nie mehr hört und ich finde es ganz interessant, um euch das zu vermitteln. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.